hey leute was geht ab herzlich willkommen wieder auf unserem kanal spiel mit mir und zwar habe ich mir heute mal was ausgedacht khan und kati die machen ja immer so eine tolle essenschallenge das heißt khan isst den ganzen tag das was kati isst oder halt umgedreht und heute dachte ich mir so heute ist kati mal 24 stunden mein speiseplan ich es tatsächlich nicht ganz so viel und es wird bestimmt nicht so einfach für sie kann es leider nicht da aber ich denke das holen wir bestimmt mal nach wenn es euch gefallen hat und ja ich gehe erst mal einkaufen und dann zeige ich euch das was gekauft habe so ich war jetzt fleißig einkaufen ist gar nicht so einfach und habe jetzt erst mal das frühstück geholt genau so schaut aus also es gibt porridge ein paar leckere obstsachen wie erdbeeren himbeeren und weintrauben und natürlich kaffee das darf nicht fehlen aber ich habe natürlich mitgedacht und kati bekommt kakao genau ich werde das jetzt mal zubereiten und mal schauen was kati sagt ich habe das frühstück vorbereitet und kati bescheid gegeben dass sie jetzt essen kommen soll genau also das ist das brot oder kommt sie schon hallo jaka was wird das da ja du darfst heute mal so essen wie ich genau da bin ich ganz froh weil letztens wo ich zu essen musste wie khan da habe ich ziemlich viele mozzarella sticks bekommen ich glaube bei dir bin ich da ganz gut auf ja aber bei mir das so viel dass du auch schon mit sowas anfängst wie wir genau ich habe gelernt ja dann würde ich sagen ich sehe schon irgendwas mit früchten also das könnte mir auf jeden fall sehr sehr gut schmecken was das da ja gibt ich setze mich mal genau du darfst dich gerne setzen und 24 stunden ja du darfst den ganzen tag essen wie ich ja perfekt ich wusste ja nicht dass eine neue 24 stunden challenge ansteht erst mal hallo an euch und dann auch noch organisiert von bianca bianca hat super coole sachen besorgt was ist das denn hier genau eine schokolade genau für mich gibt es kaffee bis er den kaffee trinken und verschiedene früchte und was ist da drunter das ist vorwärts mag ich auch gerne es ja häufiger das ist ich auch gerne zum frühstück zum drei genau das ist lecker das ist beere ich irgendwie lass es dir schmecken weil so viel gibt es heute nicht mehr ist du wirklich so wenig ja sieht man nicht aber nein also momentan so die jett neujahrs vorsätze ne so wie es halt so ist nein ich versuche schon gesund zu essen und dann sozusagen frühstücke lieber und essen mittags was genau aber bei mir gibt es keine zwischenmahlzeiten und mich so wie bei karen ist es immer noch so zwischendrin so katjes und so gibt es tatsächlich keine süßigkeiten aber hier kakao ist ja schon fast eine süßigkeit schmeckt gut da habe ich eine ausnahme für dich danke gut dann würde ich sagen lassen wir schmecken und also ich muss schon mal jetzt sagen ich finde es richtig cool dass du das organisiert hast und es schmeckt richtig lecker ja also ein perfektes frühstück eigentlich porridge mag ich gerne das ist ja so ein bisschen wie so müsli brei und obst bin ich ja sowieso auch ein riesen fan von und dann noch so einen speziellen kakao nur für mich perfekt dann habe ich freue mich schon auf mittagessen ja das dauert noch ein bisschen aber ich bin gespannt wie dir das heute schmecken wird und ja okay dann sehen wir uns später wieder bis dann so es ist zeit fürs mittagessen und bei mir muss immer schnell gehen deswegen habe ich mir einfach nur so einen salat gekauft genau dann gibt es wasser ich trinke eigentlich den ganzen tag nur wasser das heißt es gibt auch nur wasser und den salat werde ich jetzt natürlich etwas schick anrichten auf zwei teller mal gucken ob kardi satt wird ja bei mir sieht zeit recht mager aus aber da muss sie durch und ich werde jetzt direkt einfach mal bescheid geben und dann kann sie eigentlich schon zum essen kommen so also ich habe das mittagessen angerichtet ich bin gespannt ob kardi bemerkt dass das eigentlich was gekauft ist und der salat nicht selber gemacht ist aber sieht echt appetitlich aus und ja macht auch satt und mir reicht es ich habe jetzt auf jeden fall kardi schon bescheid gegeben sie müsste jetzt jeden moment kommen sie meinte auch dass sie wahrscheinlich schon ganz schön hunger hat und ich zeige es euch mal genau also ich habe das jetzt so auf zwei teller angerichtet also schaut doch ganz schick aus und hat wasser wie es euch schon gesagt habe und ja jetzt warte ich auf kathie und dann lassen wir uns schmecken mal gucken was sie sagt ja das sieht doch lecker aus ich habe ja heute morgen schon gesagt ich freue mich schon aufs mittagessen ich also bianca gefällt mir bei karen jetzt schon wieder mozarellas die natürlich auch lecker sind aber so ein schöner frischer salat am mittag das ist doch gut ja vor allem ist er schnell zubereitet ja genau denkst du ich habe den komplett selber gemacht wenn zu den salat geschnitten und du hast bestimmt so eine tüte gekauft wo so vorgeschnittener salat ja tatsächlich ich habe schon gesagt gerade ja auch zu euch es muss immer recht schnell gehen ja und ich habe das jetzt einfach nur schick angerichtet weil das ganze einfach ja das auge ist ja immer mit sagt man so und genau und ich mag mittags auch nicht so ich mag dann eher eine leichte kost weil sonst ist man immer so träge und ich werde dann echt müde und genau ich mag schwere koste leichte kost alles und sie auch schon was auch noch zu trinken ja finde ich auch gut also ich mag natürlich auch süße getränke aber wasser muss natürlich sein und genau sind auch noch so coole flaschen aus dem man so ja nicht trinken kann ich trinke ich auch recht gerne was ich auch immer tatsächlich mache wenn man dann irgendwann mal keine lust mehr hat auf wasser weil man ja gerne was süßes will ich mache dann immer zitrone rein ja da gibt es auch diese tupen mit diesem zitronensaft die mache ich mir dann immer rein und schmeckt es total lecker das mache ich auch oder mit saft also so eine schorne ja genau es ist auch gerade super für den sommer oder auch für die nicht wasser trinker hast du den großen hunger läuft der tag super mit biancas speiseplan aber ich könnte mir vorstellen ich esse immer ein bisschen mehr dass ich gleich von diesem salat nicht ganz satt bin später noch mal irgendwann was ich muss dir gestehen dass es bei mir tatsächlich eigentlich dann auch nichts mehr gibt also ich werde tatsächlich nur noch eine kleinigkeit zum nachmittag essen weil abend essen ist dann eigentlich bei mir weniger der fall ich lasse mich einfach überraschen und bin ja ganz offen für biancas speiseplan genau und ja zur not ich halte 24 stunden schon durch ist ja auch nicht schlecht mehrere kleinere mahlzeiten zu haben genau gesund schon schaffen ich habe auf jeden fall darauf geachtet dass du nährstoffe hast und gesund auch natürlich ist ja okay sehr gut ja dann essen wir mal weiter genau ich bin gespannt was später noch so gibt so ihr lieben der tag ist schon fast rum und ja ich bin noch ziemlich gesättigt vom mittagessen aber ich glaube kadi hat mittlerweile hunger und ich habe jetzt noch was eingekauft gehabt und zwar ja bei mir gibt es halt nachmittags nicht wirklich viel und zwar habe ich einmal so einen joghurt und genau und dann hat noch das obst was ich da hatte und da mache ich jetzt einfach so eine kleine schüssel ein bisschen joghurt und ein bisschen obst genau da habe ich hier weintrauben und die himmeer noch die erdbeeren eine banane und genau das muss dann für heute reichen mal gucken ob kadi gesättigt ist ich habe was leckeres vorbereitet das ist joghurt mit obst genau sehr schön so das ist auch das letzte essen dann für heute das ist jetzt mein abendbrot okay genau da gab es nur salat also ich hätte jetzt schon noch mehr gerne was warmes erhofft ja nie also tatsächlich gibt es bei mir nicht so viel warmes essen ja da musst du wohl jetzt durch ja aber lecker finde ich es auf jeden fall aber gesund und schmeckt gut genau gut ja sehr gut sehr schön was ist denn hier los kann man nur läuft hallo hallo wir essen heute 24 stunden die hat das speil geplant das hast du leider verpasst aber was es hier leckeres gibt das sieht gar nicht so schlecht aus ja allerdings ist das ich kenne dich ja kann ja es gab heute morgen power rich mit obst heute mittags salat ja dann bin ich ganz froh dass ich heute den tag eigentlich unterwegs war und dein dein speiseplan heute nicht mitgemacht habe aber gesundes essen gesund oh mein gott ist muss es immer gesund sein eigentlich schon ja aber bei mir nicht hast du meinen speiseplan eigentlich mal gesehen mozzarellastix 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 hat mich heute morgen schon überrascht okay ich habe mich natürlich wieder darauf eingelassen auf die nächste 24 stunden challenge ja was ist denn da jetzt drin erdbeeren bananen trauben und erdbeeren und himbeeren und erdbeerjoghurt ist das glaube ich genau genau ohne zucker aber schmeckt trotzdem süß ja ist okay wenn euch das schmeckt ist in ordnung also für mich nein danke jetzt normalerweise etwas mehr und ich habe auch gerade schon zu bianca gesagt schade dass es nicht irgendwann noch mal was warmes gibt ein paar mozzarellastix oder so na guck siehst du jetzt vermisst du meinen speiseplan ja gut aber es ist halt manchmal so gut aber gut dass ich den tag heute wirklich unterwegs war genau ich werde jetzt auch gleich noch was und dann muss ich halt durchhalten bis morgen das ist dann wieder was zu essen jetzt ist ja schon spielt ich kümmere mich dann um ein paar andere sachen nach ich esse das bestimmt ganz bestimmt nicht ich hatte heute eigentlich nicht so viel ich hatte bisher nur schoko croissant und ein käsebrötchen möchtet ihr ja dass bier irgendwann auch noch mal einen tag für khan vorbereitet das wird glaube nicht einfach aber ich will das nicht einfach doch das wird einfach mozzarellastix 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 oder auch nicht ich bin jetzt drüben euch noch viel spaß und wunderbezieht ja vielen dank für das lecker essen gerne mal uns zusammen hinstellen ja ich habe mich schon gerade hat mich gebissen genau also das war es dann jetzt glaube ich heute für heute mit unserem 24 stunden video leider gibt es nicht noch mehr aber die sachen die es gab waren super und die sättigen ja auch die anka speiseplan hat mir gefallen und ja wenn es euch auch gefallen hat gerne unten kommentare schreiben und daumen nach oben genau abonnieren glocke nicht zu aktivieren vergessen das war jetzt gutes deutsch genau und dann würde ich sagen dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss